In diesem Video geht es um das Thema Fersenschmerzen. Hallo, mein Name ist Gerd Ibele von Online Physiotherapie und in Zusammenarbeit mit der UFA Bamberg haben wir dieses Video erstellt. Zum Thema Fersenschmerzen betrachten wir insbesondere Achillessehnenbeschwerden und einen sogenannten Fersensprung. Ich möchte mal hier am Modell die Anatomie kurz erklären. Wir haben hier im unteren Bereich die Achillessehne und die Achillessehne verbindet hier die Fersen, also kommt vom Fersenbein und die Wadenmuskulatur und die ermöglicht uns eben zum Beispiel auf die Zehenspitzen zu stehen. Überlastungen im Bereich der Achillessehne können dabei zu Beschwerden, zu Reizungen führen und dadurch eben auch Fuß- und Fersenschmerzen begünstigen. Aus Fasziensicht beginnt die Achillessehne eigentlich schon ganz unten an der Fußsohle. Dort gibt es eine Sehnenplatte, die sogenannte Plantarfaszie und die sitzt eben auch hier an der Fersen an, am Fersenbein und genau in dem Bereich, wo sie ansitzt, kann sie auch aufgrund von Überlastung gereizt werden. Es kann Entzündungen geben und dann einen sogenannten Fersensprung begünstigen. Und insbesondere auf diese beiden Beschwerdebilder möchte ich in den folgenden Übungen eingehen. Wir führen eine Faszienrollübung für die Wadenmuskulatur durch. Der Stütz ist die Ausgangstellung. Die linke Wade möchte man bearbeiten. Das heißt, das rechte Bein wird angestellt und in dieser Stützstellung wird jetzt das Gesäß etwas leicht gemacht, damit man vorn zurückrollen kann. Dann beginnt man, man fährt die komplette Wade ab und zwar in einem schleichend langsamen Tempo. Jetzt kann man selber etwas dosieren, wie stark der Druck von der Wade auf diese Rolle ist, indem man mehr oder weniger Gewicht eben mit dem, in dem Fall linken Bein, gibt. Man rollt bis knapp unterhalb von der Kniekehle und wieder die ganze Wadenmuskulatur nach unten weg. Und das kann man in drei Bahnen durchführen. Einmal so wie hier jetzt mittig. Dann kann man die Außenseite der Wadenmuskulatur bearbeiten. Immer in diesem langsamen Tempo auch die Innenseite. Und so kann man eben alle drei Bahnen Mitte, Innen- und Außenseite machen. Durch diese Rollbewegung wird die Spannung der Wadenmuskulatur reduziert und normalisiert. Um die Spannung der Fußsohle zu beeinflussen, benötigen wir jetzt einen Faszienball. Die gibt es in unterschiedlicher Größe. Das ist auch egal, welchen man dann nimmt. Wenn man keinen Faszienball zur Verfügung hat, dann kann man gerne auch einen Tennisball nehmen. Und setzen wir mal einen Fuß direkt auf diesen Ball auf. Mit den Händen stützt man sich nachher ab. Weil darüber kann man ganz gut steuern, wie viel Druck kommt denn auf den Ball an. Mehr oder weniger, je nachdem, was man auch aushält, sage ich mal. Dann bewegt man vor und zurück. Man rollt ganz langsam die ganze Fußsohle aus. Und das macht man, indem man den ganzen Körper eigentlich verschiebt. Nach vorne und nach hinten. Und man bewegt, wie gesagt, die komplette Fußsohle. Und dabei denkt man in drei Linien. Einmal die Mitte. Dann kann man eher die Innenseite der Fußsohle verstärkt bearbeiten. Dann auch die Außenseite. Und so kann man eben die komplette Fußsohle abrollen. Immer unter Berücksichtigung vom Druck, was man selber gut toleriert. Man macht einige Wiederholungen. Wieder mit dem Ziel, die Spannung der Fußsohle so gut es geht zu normalisieren. Nun machen wir eine schöne Kräftigungsübung an einer Stufe. Da kann man ein Stepbrett nehmen, wie in diesem Fall. Oder genauso geht es an der Treppe, also an der Treppenstufe. Das macht sogar Sinn. Da kann man sich gut am Geländer festhalten. Dann geht es auf diese Stufe. Nur der Vorfuß ist drauf, dass der hintere Bericht des Fußes, also die Fersen, gut absinken können. Beginnend so. Man geht auf die Zehenspitzen hoch. Und jetzt kommt das Wichtige. Jetzt werden die Fersen langsam Richtung Boden gelassen. Also eine bremsende Arbeit ist das für die Wadenmuskulatur auch. Und wenn man den tiefsten Punkt erreicht hat, dann geht es wieder nach oben. Und dann lässt man wieder langsam diese Füße sinken, die Fersen sinken. Und der Vorteil von diesem Geländer ist, dass wenn es nach oben geht, dass man sich ein bisschen behelfen kann, eben mit dem Geländer beim Hochdrücken. Dass da nicht die Wade so viel Arbeit leisten muss, weil der Weg nach oben ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist das sinken lassen. Also eher beim nach oben ein bisschen Hilfe über die Arme. Und dann das Weiche sinken lassen. Da macht man circa 10 bis 15 Wiederholungen. Und idealerweise für einen guten Trainingseffekt das Ganze dreimal hintereinander. Wir zeigen eine schöne Sprungtechnik. Da braucht man einen Tisch dazu, wo man die Unterarme ablegen kann. Da kann man sich stützen. Die Füße stehen ungefähr hüftbreit parallel. Und dann, wie es schon heißt, eine Sprungtechnik drückt man sich ab mit den Füßen und landet wieder ganz weich. Das ist das Ziel. Dabei geht das Gesäß gerade, relativ senkrecht Richtung Decke. Und man federt ganz weich wieder ein beim Sprung. Und da kann man ruhig mal circa 10 solcher Sprünge machen. Eine Pause. Und da kann man eine zweite Technik durchführen. Man macht wieder diesen Sprung. Achtet wieder drauf. Der Sprung geht senkrecht nach oben. Und man macht dazwischen jetzt einen Zwischensprung. Also einen Zwischenhüpfer. Das ist schon eine ganz dynamische Sprungtechnik. Man kann da auch ruhig probieren, 10 Wiederholungen zu machen. Danke. Die letzte Übung ist eine effektive Dehntechnik. Die macht man in einer Schrittstellung. Gerade so vor der Wand kann man die Hände ganz locker zum Abstützen nehmen. Man hat einen langen Ausfallschritt. So, dass das Knie ganz gestreckt ist. Die Ferse aber noch auf dem Boden aufkommen kann. Dass die Ferse noch Kontakt hat. Und der Fuß sollte ganz gerade ausgerichtet sein. Also nicht verdreht nach innen oder außen. Dann noch ganz wichtig. In dem Fall das rechte Bein. Das vordere Bein. Das ist das Standbein. Das hat etwas mehr Gewicht. Das Hauptgewicht. Und dieses linke Bein, dort wo gedehnt werden soll. Das ist eigentlich relativ locker abgestellt. Gut. Jetzt sollte eine deutliche Dehnung spürbar sein. Im hinteren Bereich. Die Wadenmuskulatur. Und in dieser Position bleibt man dann für eine halbe Minute in dieser Dehnstellung. Und nach der halben Minute macht man folgendes. Man spannt die Zehen Richtung Boden. Also man krallt die Zehen etwas in den Boden. Und diese Spannung hält man an. Somit haben wir die Wade und auch wieder den Fußsohlenbereich mit inbegriffen. Von daher eine ganz effektive Dehntechnik und Spannungstechnik. Und nach den 15 Sekunden, wo man die Zehen so gekrallt hält, lässt man die Zehen wieder locker. Und man bleibt aber in der Dehnung. Also die Dehnung soll jetzt trotzdem aufrechterhalten bleiben. Man bleibt dann wieder die halbe Minute. Und so wechselt man ab. Nach der weiteren halben Minute beginnen wieder die Zehen zu krallen. Wieder die 15 Sekunden. Und diesen Wechsel von einer halben Minute in der Spannung, in der Dehnung bleiben. Und diesen 15 Sekunden Zehen krallen, die macht man dreimal hintereinander. Und hat dadurch wirklich eine ganz effektive Dehnung für den Bereich Fuß-Fersenschmerzen. Die OFA Bamberg und Online Physiotherapie wünschen viel Spaß und vor allem viel Erfolg bei Durchführung der Übungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017